Willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Wir sind hier in einer Angriffsrunde. Ich habe hier mal den Ninja genommen, also... Wie hieß der? Genji? Genji. Genji. Was? Das war... Das war komisch. Es sind ein paar Leute rausgegangen. Nimm doch einer rein, hat er nämlich Rotor. Leute, sollten glaube ich nicht zwei Leute Genji nehmen, oder? Ich bin... Ich kann nur mit Genji und Tracer wirklich was machen. Okay, dann wechsle ich gleich auf... Okay, dann nimm du Rotor, dann spiele ich Reinhard. Jo, mache ich. So, jetzt noch ein Supporter, wen hoffentlich der Random nimmt. Jawoll. Ich habe echt immer meinen Patsch hier. Mein größtes Problem mit Reinhard ist, wenn ich den Schild an habe und dann den Feuerschlag machen will, wegen dem Kamerawechsel, baller ich dann immer erstmal in den Boden rein. Ich bin ein Mann-Apokalypse, hast du das gehört? Ich bin richtig krass. Spielhalle zerlegen! Ah, cool. Also Genji scheint hier viel Zeit in seiner Jugend verbracht zu haben, sagt er gerade. Weil dann liegt, dass das ein Heimatland ist. Heimatland hat er nichts mit genau diesem Ort, er hat speziell diesen Ort gerade eben genannt. Achso. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Was ich fragen wollte, aus welchem Land kommt eigentlich hier meiner hier? Ja. Hier, den ich spiele. Rotog? Ja. Amerika wahrscheinlich. Was weiß ich? Also bitte. Mexiko wäre auch möglich. Ich glaube, es ist sogar Mexiko, ich weiß es gar nicht sicher. Ich zweifle es um echt zu sein. Hey. Los nutzen, gucken. Los. Hey, erst mal hupen. Erst mal hupen. Erst mal hupen. Oh, kein Spawntrap? Lol. Das ist verbunden. Das ist selten. Genau. Ich habe wahrscheinlich eine Bastion in der Mitte. Ja, verstehst du auch. Ich nehme halt einen anderen Weg. Hey cool, hier gibt es Rahmen. Lol. Wer hat mich hier, wer hat dir gerade Achtung Dieter gesagt? Irgendeiner. Ja, ich frag mich wer. Der hat voll den Akzent vom Alfred gedruckt. Das wird dann wahrscheinlich Mercy gewesen sein. Na, Soldier 76 hat die Stimme von Nicolas Cage im Deutschen. Toll. Oder von jedem Klon aus Clone Wars in Star Wars, wenn man das geguckt hat. So. Ja, so auch. Wir bräuchten mal einen Scharfschützen, der da oben ein bisschen ablenkt. Warte kurz. Bin auf dem Weg, Leute. Mach doch gerne Scharfschütze, aber ich kann nur Schilten halten, bringt auch nichts. Wir brauchen einen Follow-up. Kann ich Geschütze sein? Wir haben zwei Bastionen. Die Geschütze. Kann ich? Ja? Ja, kannst du. Gegen die komme ich nicht an. Dann ziehe ich die mal gleich an mich dran, ne? Kann ich Leute hochziehen? Also, weil ich überlegen bin? Ja. Ja. Okay. Das ist alles, was ich wissen muss. Wir haben, glaube ich, sogar drei Stück davon. Na, da komme ich nicht hoch. Okay. Sind wir schon mal hier. Schon mal ein Fortschritt. Ne, das ist ein Turret. Also, das einzige, was auf der Map wirklich gegen Bastion hilft, sind Scharfschützen. Sprich, mit Omega und Hans so. Aras auch gut gegen Bastion. Hier hinten, wenn die hier ein paar reinjumpen würden mit mir. Aber da kann ich die alleine rein. Wo denn? Kommt mal mit hier hinten. Ich kann hier rein. Ich, ähm, wenn ich... Die Ult habe ich zwar nicht, aber ich kann trotzdem einiges... Ich habe einen toten Winkel gefunden. Das ist gut. Das ist gut. Die Geschütze sind bloß Problem. Die übrigen mich sofort um. Die anderen Leute sind nicht so problematisch. Ach, die haben wir noch einen Torbjörn? Na, ganz toll. Gegen Geschütze und gegen Bastion habe ich ein riesiges Problem. Warte, ich hoge den ran und du ballerst den ab, Marco. Geigen. Ich kann den Geigen. Ja, das Genji sollte das nicht gut gegen das Tür. Warte, warte. Haben wir einen Heiler da? Schieß dich, du machst eh. Okay. Ja, aber nur, wenn... Während eh... Läuftet. Wenn du ihn da nicht getötet hast, dann brauchst du es. Dann dauert es keine zwei Sekunden, du bist weg. Das ist das Problem. Und leider ist er nie alleine, deswegen... Er hat immer einen hinter sich. Oh Gott, das war der falsche Knopf. Und Genji lebt nicht lang. So, schützt es raus und noch einen einer. Warte, ich hab meine Ulti. Soll ich mal draufballen auf die? Okay. Killt mal einer den Reinhardt bitte. Der schwer. Fuck. Warte, ich hab ne Idee. Komm schon, beide fast tot. Okay. Kann unsere Mercy denn retten? Ich hab den Main... Ich hab den eliminiert. Gut. Jetzt einnehmen bitte. Reinhardt ist gleich weg. Reinhardt ist weg. Reinhardt ist weg. Oh shit, oh shit, die Granate. Ich muss nicht schielen. Ich muss nicht schielen. Sehr gut. Na endlich. Hat ja lang genug gedauert. Tschüss Twister. Oh Gott, Westschild. Schild an, Schild an, Schild an. Oh nein, ich hab mich auf den Lapp gefallen. Ich hab mich auf den Lapp geschossen. Ach, ich wurde nur... Wieso lebt der noch? What? Oh Gott. Ich denk immer wieder, ich kann mit Shift drin. Also dann tschüss. Ciao. Viel Spaß. Seht der Turret wieder? Ja, schon lange. Ah! Hier steht noch ein Bäschen in der Ecke. Der mich natürlich gesehen hat. Und zwei Bastions. Ja, super. Vorne, hinten. Ja, wenn ihr ne Idee habt, wie man da durchkommt, gerne raus damit. So. Ähm. So, einer ist raus. Wo seid denn ihr alle? Ich werde vom Raum ausgehalten. Tod. Ich war doch drauf. Wow. Was für Spaß denn. Na, mach mal noch. Lass mal mal noch eins machen. Lass mal noch eins machen. Ja. Ja, ganz ehrlich, ne. Da kannst du fast gar nichts machen. Highlight des Spiels. Den Turret müssen die mal hier nerven, ne. Aber Rainer war grad auch geil. Wir haben keine Zeit mehr. Ja. Gleich am besten. Ich werde einfach getötet durch Zufall. Ja. 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 Ich hatteofels reptiles. Tebba Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.